Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Im heutigen Video geht es um die ESP32 Familien von der Firma Espressiv. Es gibt drei Typen und die möchte ich mir ja heute mit euch im Detail ansehen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Am Anschluss zu diesem Video machen wir noch ein kleines praktisches Beispiel. Und danach bin ich mir sicher, jeder kann das. Der ESP32, der wird von der Firma Espressiv erzeugt. Den Chip können wir in drei Varianten erwerben. Als SOC, was für System ohne Chip steht und das ist nur der reine Mikroprozessor. Als nächste Möglichkeit haben wir ein sogenanntes Modul zu bestellen. Hier haben wir den Vorteil, dass schon einige grundlegende Komponenten mit für uns installiert sind, wie zum Beispiel die Antenne, Flashspeicher oder auch andere Komponenten. Das ist abhängig vom jeweiligen Modul. Ein weiterer großer Vorteil von diesem Modul ist, dass schon die ganzen Zertifizierungen für RF vorhanden sind. Zu guter Letzt haben wir noch die DevKits. Hier haben wir es sehr einfach. Die Pins sind steckbordfreundlich herausgeführt. Wir haben teilweise LEDs montiert für eine Rückmeldung, eine USB-Buchse und auch einen Boot- und Reset-Button findet man normalerweise auf Developer-Kits. Zusätzlich zum alten ESP32 sehen wir uns jetzt die neuen Serien an. Wir haben den gut ausgerüsteten ESP32-S, gefolgt vom ESP32-C und zum Schluss haben wir noch den ESP32-H. Irgendwann im Jahr 2024 wird ein neuer ESP erscheinen. Dieser Chip wird das neue Flaggschiff werden mit einer hohen Performance und sein Name wird ESP32-P4 sein. Sehen wir uns jetzt die einzelnen Serien im Detail an und starten wir mit der S-Serie. Der ESP32-S2 hat einen Single-Core-CPU mit 32 Bit. Er läuft mit einer Geschwindigkeit von 240 MHz und was hier zu beachten ist, dieser Chip kann mit WiFi, aber sich nicht mit Bluetooth verbinden. Wir haben 43 GPIOs zur Verfügung, aber es ist kein Flash-Speicher verbaut. Ist am Chip-Modell R2 angegeben, dann bedeutet das, dass 2 MB Pseudo-Statik-RAM verbaut sind. Der Pseudo-S-RAM kombiniert die Vorteile von SRAM wie den schnellen Lesezugriff und die geringe Latenz mit einer höheren Speicherdichte ähnlich der vom DRAM. Am Chip ist das 2,4 GHz WiFi verbaut und das USB-OTG-Interface. Das OTG steht für On-The-Go und mit dieser Schnittstelle können wir den ESP32 als USB-Flash-Laufwerk, als Tastatur oder Maus verwenden. Es sind 128 KB ROM verbaut und 320 KB SRAM. Und bei diesem Chip haben wir die Möglichkeit, einen externen RAM oder Flash-Speicher bis zu einer Größe von 1 GB anzubringen. Der zweite Mikrocontroller nennt sich ESP32-S2 mit der Endung F. Bei diesem Mikrocontroller ist zusätzlich ein Flash-Speicher verbaut. Der Buchstabe H gibt die maximale Temperatur an. Zum Beispiel H steht für High bis 105 Grad Celsius und N für Normal, das geht bis 85 Grad Celsius. Bei der Ziffer 2 dann sind 2 MB verbaut und ihr ratet es sicher schon, bei 4 sind es 4 MB. Die restlichen Daten sind identisch mit dem S2 und deswegen gehen wir sie nicht noch einmal durch. Beim ESP32-S3 haben wir jetzt einen Dual-Core-Prozessor verbaut, wieder mit der Geschwindigkeit von 240 MHz. Dieses Mal haben wir Bluetooth 5 mit an Bord und zwei zusätzliche GPIOs, also gesamt 45 Stück. Es gibt Modelle, die keinen oder 4 oder 8 MB Flash-Speicher verbaut haben. Beim BSRAM können wir zwischen 2 und 8 MB wählen, wir haben wieder 2,4 GHz 2 für an Bord und die USB OTG-Schnittstelle. Und bei diesem Chip haben wir fast doppelt so viel ROM und SRAM verbaut. Der S3 Bico ändert den S3 sehr stark, nur hat er fix 8 MB Flash verbaut und er kommt mit weniger ROM und SRAM daher. Der große Vorteil jetzt von Bico ist, dass er alles beinhaltet, was an peripheren Komponenten benötigt wird. Zum Beispiel den Quarz-Oszillator, Entkoppelungskondensatoren, SPI Flash, RF-Anpassungsglieder und das alles in einem einzigen Gehäuse. Die Modelle der ESP32C Serie basieren alle auf dem RISC-5 Standard. Diese Chip-Architektur ist Open Source und deswegen fallen keine Lizenzgebühren an. Der ESP32C2 wird auch ESP8684 genannt. Er hat einen 120 MHz Single-Core Prozessor, Bluetooth an Bord und 14 Chip EIOs. Dieser Sensor hat auch einen Temperatursensor verbaut, mit dem die Temperatur vom ESP gemessen werden kann. Der C3 Chip, oder auch ESP8685 genannt, hat einen GPIO mehr, aber dafür etwas weniger ROM und SRAM verbaut. Der ESP32C3, den gibt es in zwei Varianten, einmal mit 16 GPIOs, den AZ und einmal mit 22. Wenn ihr die AZ-Version habt, dann benötigt ihr noch einen externen SPI Flash. Den ESP32C6 bekommt man mit 22 bzw. 30 GPIOs. Neu ist hier, dass Wi-Fi 6 verbaut ist und die Schnittstellen Thread, ZigBee und Meters für unsere Home Automation Projekte. Bevor wir jetzt ein kleines Praxisbeispiel machen, möchte ich euch noch den letzten vorstellen von der H-Serie. Dieser Chip unterstützt alle Protokolle, die wir für die Heimautomation benötigen, wie ZigBee, Thread und Meters, aber was hier fehlt, ist das Wi-Fi. Wir haben bei diesem Chip 19 GPIOs zur Verfügung und auch der interne Temperatursensor ist wieder verbaut. Ihr seht also, es gibt schon eine ganze Menge der ESP32 Serie und beim Erstellen dieses Videos ist der C61 auch schon angekündigt. Eine Übersicht über alle Produkte von Espressiv findet ihr auf dem Produktfinder auf der Webseite und wenn wir zum Beispiel nach einem ZigBee IC suchen wollen, dann können wir das hier selektieren und bekommen alle ICs gefiltert zur Auswahl. In diesem Feld können wir die Developer Boards anwählen. Und hier sehen wir wieder alle Module, die Espressiv anbietet, die den ZigBee Standard eingeführt haben. Den Link zur Webseite findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. And good news for all the English speaking folks, this book is also available now in English. Have fun! Auf GitHub können wir nachsehen, welche ICs der Board Manager von Espressiv unterstützt. Hier sehen wir, dass in der aktuellen Version der C6 und der H2 noch nicht in der stabilen Version freigegeben ist. Solltet ihr dennoch schon so ein Board haben, dann können wir den Board Manager auf Version 3 upgraden. Aber eine Warnung gleich vorweg, es sind einige Funktionen in der neuen Version herausgenommen, die dann nicht mehr funktionieren und derzeit befindet sich der Status noch in der Alpha Version. Den Link dazu, welche Funktionen neu dazugekommen sind bzw. wegfallen, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich werde euch hier aber trotzdem zeigen, wie man die Version 3 installiert, zumindest hier nur für einen Test. Auf dieser Webseite hier finden wir den Link vom JSON-File, den wir bei uns im Board Manager in der Arduino IDE hineinkopieren. In der Arduino IDE gehen wir zuerst auf den Tab Board Manager und suchen nach ESP32. Wir sehen hier, dass wir die Version 2.0.11 installiert haben. Im Menü unter Settings sehen wir dann hier bei Additional Board Manager, wo wir die URL vom JSON-File hineinkopieren können. Wir bestätigen das mit OK, noch einmal OK und jetzt sehen wir beim Board Manager, dass wir eine neue Version haben, und zwar die 3.0.0. Und mit einem Klick auf Update wird die neue Version installiert. Im ersten Beispiel verwenden wir den ESP32C3 Super Mini. Im Menü unter Tool, dann Board, suchen wir uns bei ESP32 das ESP32C3 DEV-Modul aus. Und danach prüfen wir, dass das Board an der richtigen USB-Schnittstelle ausgewählt ist. Und schon können wir den kleinen Blink-Sketch auf unser Board hochladen. Am C3 Super Mini ist die interne LED am GBIO 8 angehängt, den definieren wir hier bei Setup. Und danach schalten wir die LED ein, warten eine Sekunde, schalten sie aus und warten eine halbe Sekunde, bis der ganze Durchlauf wieder von vorne beginnt. Und schon blinkt die interne LED auf unseren ESP32C3. Machen wir noch ein zweites kleines Beispiel, dieses Mal mit den ESP32C3 Mini von der Firma Lolin. Im Board Manager suchen wir hier nach den Lolin C3 Mini. Dann kontrollieren wir noch einmal, ob der USB-Port richtig ausgewählt ist und schon können wir den Sketch wieder uploaden. Was hier zu beachten ist, dass die interne LED dieses Mal am GPIO 7 Pin hängt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr jetzt einen ESP32 testen wollt, dann kann ich euch hier dieses Video empfehlen über den Arduino Nano ESP32. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wer gerne Magazine liest, im neuen Elektor gibt es jetzt ein Sonderheft mit einem Gastbeitrag von der Firma Espressif, dem Hersteller der ESP32.